Hallo Freunde, für ein weiteres Alpenbild, let's play. Ja, ich hatte in der letzten Folge vergessen, dass ich das Headset nicht runter gemacht habe. War mal ein Fehler. Trotzdem habe ich noch 12.013 Euro gegeben. Ich hatte letztes Mal einen kleinen Fehler gemacht. Abschließen. No. Ja, war mal ein Fehler. Hab recht aufgepasst. Gemietete Geräte. 16.2. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch schau mir mal kurz an. Schau mir kurz auf die Karte. Wie teuer sind denn hier Länder? So. Ach du. Halt. Was ist jetzt hier noch hier? Es ist Maria. Ja. Also Freunde. Im Moment einleitig noch selber. Noch schnell selber ein Feld am fliegen. Es geht leider nicht anders. Und wie gesagt, das haben wir ja letztes Mal. Ja gut, geht's halt auf den Titel rein. Hab vergessen, das Headset beim Headset vergessen, das Mikrofon runterzunehmen. Ups. Ja, wir können sich noch sein USB-Mikrofon zulegen, aber warum brauche ich ein USB-Mikrofon, wenn ich ein Headset habe? Sparen lernen mit Babel. Ja. Aber 20 ist schon groß. Hier aber, wieviel ist der Markt? Oh, Gras. Uh, Wasser haben sie auch nicht mehr viel. Das ist nichts. Wir fahren jetzt mit dem hier nach Hause. Wir hauen das Gras ab für die Kühe. Wir bringen noch Wasser noch schnell. Wir wollten ja eh hier unten ein Feld hin basteln. Dann können wir das auch sehr gut auch abhauen. Und danach hier unten da diese Fläche alles abhauen. Oh, ein Besen. So ein Cheat. Jetzt war noch eine. Oh, ein Besen. So ein Cheat. So ein Cheat. das ist der normale kann man eigentlich unseren hier nicht noch aufrüsten und er hat den ansatz schon so er hat den ansatz schon leute wir haben ja einen hoops so nein war ja mal nicht sonst hat den schon irgendwo wir machen jetzt das alles großzügig jetzt machen wir mit dem fiat bringen wir in den armen führen wir noch ein bisschen wasser was gucken haben wir aber sonst mal kurz gucken wenn man zuerst ihr wasser auf das gerät hier weil sonst haben wir dann sehr schnell das problem jetzt kommen sie noch vor darüber sauber kann man jetzt gucken kommen wir haben einen zacken und eine schaffe immer schön freizügig mähen leute wir haben so schön freizügig abhauen immer schön freizügig abhauen immer schön freizügig abhauen leute weil wenn hier eben nicht freizügig abhauen und wenn ihr nicht freizei abschneidet die recht schnell also ja kein ärger aber aber ist denn einfach dörfer entflügen dann weil sonst ist der sauber bleibt flügen oder beim ansehen wenn ihr nicht so frei wie möglich abhaut ich sage jetzt nicht dass es nicht geht aber aber wenn ihr eben freizei abschneidet habt ihr eben das problem nicht macht nichts wenn es dann so ein bisschen weiter hinten ist es muss aber auch die schneiden hat muss aber auch sauber sein aber das ist aber wenn ihr jetzt hier ich mache jetzt hier ein feld draus weil wir haben jetzt hier keins und ja wie gesagt es macht nichts wenn wir jetzt nicht in den winkel nehmen mach ich jetzt hier auch nicht aber das gras ist auf deutsch gesagt ja zu schade ich würde damit sagen ich warf es dann aus ich war jetzt hier eigentlich zu eng ich raue schon viel ab zwar aber ich fahre nicht zu eng an der straßen nach so einem flügen ja 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 jahr ich vorni ja ja das säure das land ist wenn wir was geben wollen dann wenn es mir als Einladewagen gibt, kann man aufladen. Dann würde ich es so machen, dass ich den Rest... Na gut, man könnte schon noch mehr nach vorne, aber das will ich jetzt hier nicht, ich will ja hier noch zuerst ernten. Also zuerst hier das Feld noch, noch parat, schön, für die Kühe etwas mehr nach, da werden wir auch mal was zu ackern haben. Nein! Wenn wir hier was zu ackern haben und nicht, dann heißt das, haben wir erst mal wie die Kühe. Das hat schon noch genug, ich kann sagen, wir haben hinten und hause auch noch. Aber wir hören, dass wir noch genug Futter haben für die Kühe. Versteht ihr, oder? Das ist weg, ja. Aber wir haben also keinen Bock hier, was zu machen. Nur weil ich Clown vergessen habe, was jetzt zu machen hier. Gut, ich meine, man kann natürlich auch so machen, wir können auch Ballen pressen, aber... Was nützt mir das? Also ja, viel nützt mir das schon, aber kann ich nicht brauchen. Also, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber ihr versteht schon, oder? Wenn ich jetzt... Diese Felder kannst du nicht... Gut, klar. Wir können sagen, wir bewirtschaften jetzt weitere, die... Machen weitere Missionen. Ja, kannst du das machen, aber... Ich habe was vergessen jetzt. Was? Es steht ja, wenn ihr jetzt sagen, wir machen weitere Missionen. Dann hört es wieder aus, wenn wir jetzt Siebprojekten, wie die hier ja schon ein bisschen was machen. Und ja, dass man hier was... Kleiner Ackerbau kann betreiben. Ja, wir sollen noch so ein... Ja, wir sollen noch so ein... Ja, wir sollen noch so rein. Nein! Das geht nicht. Nein! sie haben es bemerkt, scheiße oh fuck egal ja Freunde das war schon wieder mit diesem Video wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach Rom da äh, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das jetzt diese Folge gefunden habt ich weiß, die letzte Folge habe ich verkackt äh, ja folgt mir bitte auf Twitter und Instagram also wie gesagt, abonniere mich, wenn du mich nicht abonniert hast wenn du mich abonniert hast, aktiere die Glocke um nichts weiteres zu verpassen äh, ja das ist in meinem äh, folgt mir wie gesagt auf Twitter und Instagram ist mein Titelbild über den Abonniere-Button dort ist auch mein Zweig-Kanal-Link Simulator-LP schaut doch dort mal vorbei äh ja, und sonst schaut, dass ich es ganz für dieses gemacht habe und tschau Leute mit dem äh mit dem äh ja mit dem äh mit dem